Das nächste ist wieder ein spanischer. Mariposa von Cuyo. Und zwar ist das Geschichte mein Zerstes Räupeli. Der Schmetterling ist ja Zerstes Räupeli. Und dann wird es so für einen grossen Pfarr, wie wenn man es nicht ausschnüpft. Und so ist es auch in der Liebe, zuerst klein und dann gross. Und der Rungekannte. Wie, wie? Läderfolt. Oh, okay. 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 Oh, okay.